Leichtathletik EM, ZDF beendet TV-Übertragung für Krimi. Journalistischer Bericht. Bei der jüngsten Leichtathletik EM gab es einen Vorfall, der sowohl bei Sportfans als auch in der Öffentlichkeit für Aufregung sorgte. Das ZDF brach am vergangenen Samstagabend abrupt die TV-Übertragung eines spannenden Wettkampfs ab, um stattdessen einen Krimi zu zeigen. Diese Entscheidung löste einen Sturm der Entrüstung unter den Zuschauern und in den sozialen Medien aus. Der Vorfall ereignete sich zum ungünstigsten Zeitpunkt. Die deutschen Leichtathletik Asse befanden sich gerade in einer spannenden Phase, als das ZDF die Übertragung abbrach und damit zahlreiche Sportenthusiasten enttäuschte. Besonders betroffen waren die Fans, die auf die Live-Übertragung spannender Entscheidungen wie des 100 Meter Sprints und des Speerwurfs warteten. Laut einer internen Quelle beim ZDF sei die Entscheidung, das Programm zu wechseln, aufgrund von Sendezeiten und vorher festgelegten Programmabläufen getroffen worden. Wir bedauern, dass wir die Übertragung der Leichtathletik EM abbrechen mussten, aber wir mussten unseren Programmplan einhalten, sagte ein ZDF-Sprecher. Der Internationale Verband der Leichtathletik-Verbände, World Athletics, zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung des ZDF. Es ist bedauerlich, dass solche Ereignisse vorkommen, besonders wenn die Aufmerksamkeit und das Interesse des Publikums auf ein sportliches Großereignis gerichtet sind, sagte ein Sprecher von World Athletics. Unter den Betroffenen war auch der deutsche Sprinter Johannes Kaltbach, der sich auf den 100-Meter-Lauf vorbereitet hatte. Es war sehr frustrierend, als wir feststellten, dass die Übertragung gestoppt wurde. Für viele von uns ist es eine Gelegenheit, von einem großen Publikum gesehen zu werden. Diese Gelegenheit wurde uns genommen, sagte Kaltbach. In den sozialen Medien hagelte es Kritik von Seiten der Zuschauer, die sich enttäuscht und wütend zeigten. Unter dem Hashtag ZDF-Gate fanden sich zahlreiche Posts von Nutzern, die ihrer Unzufriedenheit Luft machten. Wie kann man so eine Entscheidung treffen? Das ist respektlos gegenüber den Athleten und den Zuschauern, schrieb eine Nutzerin auf Twitter. Auch in zahlreichen Sportforen wurde hitzig über das Vorgehen des ZDF diskutiert. Demgegenüber stand jedoch auch ein gewisses Verständnis für die Entscheidung des ZDF, wenngleich es deutlich in der Minderheit war. Einige Zuschauer äußerten sich positiv über den Krimi, der anstelle der Leichtathletik EM ausgestrahlt wurde. Es ist bedauerlich, aber ich habe den Krimi genossen. Das ZDF hat auch viele andere Zuschauer, die sich nicht so sehr für Sport interessieren, schrieb ein Facebook-Nutzer. Trotz der Aufregung hinter den Kulissen scheint das ZDF nicht vor einer ähnlichen Entscheidung in der Zukunft gefeit zu sein. Wir werden unsere Programmplanung und die Interessen unserer vielfältigen Zuschauer stets abwägen. Es ist immer eine schwierige Entscheidung, aber wir müssen einen Mittelweg finden, erklärte der ZDF-Sprecher weiter. Einige Sportexperten fordern jedoch Konsequenzen. Er argumentiert, dass Sportveranstaltungen und insbesondere Live-Übertragungen von Großereignissen wie der Leichtathletik EM Vorrang haben sollten, um den Athleten und den Fans gerecht zu werden. Ein solches Vorgehen kann das Vertrauen der Zuschauer und der Sportgemeinde untergraben, sagte der Sportanalyst Michael Behrendt in einem Interview. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass Sportübertragungen, die oft jahrelang geplant werden, den angemessenen Respekt erhalten. Man darf gespannt sein, wie sich das ZDF in zukünftigen vergleichbaren Situationen verhalten wird. Die aktuelle Debatte hat jedenfalls deutlich gemacht, dass viele Zuschauer hohe Erwartungen an die Übertragungen von Sportgroßereignissen haben und ein abruptes Ende der Berichterstattung weder tolerieren noch vergessen werden. Wie das Ganze endet und ob das ZDF in die Leichtathletik EM übertragen kann oder wieder eine Programmänderung vornimmt, bleibt abzuwarten. Die Zuschauer werden weiterhin aufmerksam verfolgen, wie sich die Senderlandschaft entwickelt und ob sich solche Situationen wiederholen. Sicher ist, dass eine klare Kommunikation und eine sorgfältige Programmplanung unerlässlich sind, um unangenehme Überraschungen in der zukünftigen Berichterstattung zu vermeiden. Anita Farke, Sonntag, 9. Juni 24.